Leute, wir sind in Dessau. Eine Hammer-Story über eine Persönlichkeit, die ich so auch nicht erlebt habe. 28 Jahre alt, hat mit seiner Familie sieben Gastronomien und dann in die Immobilienbranche investiert. Also vom Kellner zum Immobilieninvestor. Tolle 28 Jahre, ja. Und das alles entstanden über die Gastronomie. Über die Gastronomie. Ich glaube, ohne Gastronomie wäre es gar nicht möglich gewesen. Wir sind in einem der Restaurants in Dessau. Hört euch selbst die Geschichte an. Ich bin echt baff gewesen. Verarbeitet man das? Ich meine, das ist ja 300 Einheiten. Das ist ja richtig auch ein Volumen. Und man ist so jung noch. Kriegst du das überhaupt so mit? Was ist das für ein Gefühl? Du kaufst so eine Immobilie, dann kriegst du den Schlüssel und dann ist das deins. Ja, ein wahnsinniges Gefühl. Das schönste Gefühl ist, wenn die erste Mieten kommt. Wenn Miete auf dein Konto kommt und du hast dafür nicht viel getan. Ja, und das ist sehr, sehr schön. Basili, großer Meister. Danke, dass wir da sein dürfen. Danke, dass ihr hier seid. Das ist einer eurer Haupthäuser. So sieht's aus. Wir sind sehr dankbar und sehr, sehr stolz, würde ich auch sagen. Wie lange macht ihr schon Gastro? Gastro seit eh und je, würde ich sagen. Ich bin in der Gastrofamilie reingeboren. Aber Stolli, wie viele Jahre? 19 oder 73. Seit 1973. Wahnsinn. Und du bist jetzt, dein Papa ist in Griechenland? Genau, Papa ist in Griechenland. Mama und Tante ist hier. Onkel ist auch hier. Und du schaust jetzt nach der Gastronomie und machst nebenbei Immobilien? Mittlerweile hauptberufliche Immobilien. Aber Gastronomie ist im Herz. Und dadurch, dass meine Familie so viele Sachen betreibt, freue ich mich, wenn ich irgendwie auch helfen kann. Ich habe ja viele Gastronomien gesehen. Ich bin ja überall drin und sehe echt vieles. Aber ich bin hier rein, das ist alles perfekt. Wie schafft ihr es, so einen Riesenladen, 500 Sitzplätze draußen, 150, 200 drin? Ich würde sagen, 250 drin und außen 400. Wie schafft ihr das, so in Ordnung zu halten? Ich würde sagen, gute Leute, Leute aus der Familie, Leute, denen man vertrauen kann. Und viel Arbeit von früh bis abends. Ich möchte auf jeden Fall deine Immobilien sehen. Ein paar. Vielleicht hast du ein paar Entwicklungen. Sehr gerne. Ich habe jetzt gerade ein ganz, ganz tolles Haus in der Bestlage hier von Dessau. Genau ein paar unverbaute Sicht. Und es ist eine ganz, ganz, ganz tolle Geschichte. Eine ältere Dame war nicht mehr fit genug, um das Haus sozusagen sanieren zu können. Aber da war sehr, sehr viel Herzblut in der Angelegenheit. Deswegen hat sie jemanden gesucht, dem sie das Haus sozusagen übergeben kann. Dann war sie bei uns essen. Ah! Genau. Und hat dann irgendwie mit dem Kellner gesprochen. Und er meinte, ah, ein Chef von uns, der macht da was ganz, ganz Tolles. Vielleicht können Sie mal die Frau kennenlernen. Und dann habe ich den kennengelernt. Und dann hat es gepasst. Und dann habe ich das Haus von ihr erworben. Und jetzt sind wir im vollsten Gange. Aber Gastronomie ist schon so ein Punkt, wo man viele Leute kennenlernen. Ich denke, Gastronomie, wenn man, ich habe Folge, ich habe früher gekellnert. Ich habe angefangen, bei uns bei meiner Tante zu arbeiten, bei meinen anderen Verwandten. Und es war für mich ein ganz, ganz großes Learning. Also mittlerweile bin ich sehr dankbar, dass ich alles gemacht habe. Ob es in der Bar, in der Küche, ob ich Teller gewaschen habe. Dadurch habe ich gelernt, mit Menschen umzugehen. Ich habe gelernt, Menschen zu verstehen, Menschen zu lesen. Und vor allen Dingen auch Dankbarkeit zu zeigen. Vielleicht heutzutage, nichts geht ohne Dankbarkeit. Und Verhandeln hast du auch ein bisschen gelernt. Ja, Verhandeln von der griechischen Seite. Von der griechischen Seite. Ja, genau, aber Mathematik von der Deutschen. Das ist eine gute Kombi. Es ist extrem spannend. Du bist erst 28. 28. Ich meine, du kommst in so einen Laden. Der ist voll. Ich war gestern Abend zum Essen. Alles on point. Und sieben Restaurants sind alles hier im Osten verteilt. Alles im Osten verteilt. Überall ist ein Familienmitglied. Überall ist ein Familienmitglied, genau. Habt ihr es mit externen Managern auch probiert? Hat das nicht geklappt? Oder warum ist das so entstanden? Ich würde sagen, in der Familie vertraut man sich. Und man hilft sich. Der eine Familienmitglied hat das Problem. Dann springen wir ein. Wir haben Personal von einem Restaurant zum anderen geschickt. Und irgendwann hat das funktioniert. Meine Aufgabe war es im Endeffekt, einfach nur ein bisschen Struktur einzubringen. Ein bisschen alles zu professionalisieren. Es gibt nichts Schöneres als Mehrwert zu erschaffen. Ich meine, man erschafft etwas in einer Stadt, was vorher die Leute nicht gesehen haben. Also du siehst etwas, was die anderen nicht sehen. Und am Anfang sagen alle, warum macht ihr das? Das kann doch nicht sein. In dem Laden war das genauso. Und wir wurden ausgelacht, dass wir den Laden hier gekauft haben und so viel Geld hier ins System haben. Aber sag mal, diese Riesenfläche, die Quadratmeter hatten. Uh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich denke, das Grundstück sind fast 1000 Quadratmeter. Nee, sorry, 600. 600. Ja. Für wie viel? Das ist, das ist, über Zahlen redet man nicht. Hat nicht von deutschen Geschäftspartnern. Und das vom Kellner. Ganz, ganz, ganz wichtig. Wirklich, es gibt nichts Schöneres als Vermögensaufbau durch Immobilien zu beginnen. Und ich möchte es wirklich jedem ans Herz legen. Egal, wo er gerade arbeitet, ob es in der Küche, egal, ob er gerade Teller wäscht oder ob er Kellner ist, ob er in der Bar ist. Ihr könnt mit dem Trinken, was ihr bekommen, sparen, sparen, sparen. Nicht viel Geld ausgeben. Erst mal ein paar Jahre sparen. Und dann kannst du mit der Bank wunderwundervolle Sachen machen. Das ist cool an Immobilien. Du hast einen super, super Leverage. Du hast einen ganz, ganz tollen Nebel. Du kannst dir eine Wohnung kaufen für 50.000 Euro oder 60.000 Euro. Ja, hier im Osten. Im Osten, genau. War das auch euer Glück, dass hier im Osten war, wo die Immobilienpreise auch günstig sind? Ja, schwer zu sagen. Ich würde sagen, die Generation vor mir hat natürlich von profitiert. Aber wenn ich was kaufe, ich kaufe nie und spekuliere nur sozusagen auf Wertsteigerung. Ich spekuliere. Ich muss nicht immer den Bestand tragen mit den aktuellen Zinsen, mit den aktuellen Tilgungen, die wir vereinbaren. Und ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen. Aber vergiss nicht den Hebel der Immobilie über Fremskapital. Immer noch mit den ganzen Zinsen, die jetzt hier sind. Immer noch. Es gibt einen ganz, ganz tollen Immobilieninvestor. Von dem habe ich viel, viel gelernt. Und er hat immer gesagt, Vasili, wenn es sich rechnet, rechnet es nicht. In jeder Marktlage. Aber wenn ich jetzt 4% Zinsen zahle, dann brauche ich mehr Rendite im Jahr. Und dementsprechend kannst du besser verhandeln jetzt. Also immer positiv denken. Also bevor wir jetzt weitermachen mit dem Immobilie und sie uns angucken, möchte ich wirklich ein bisschen über die Gastro hier wissen. Ja. Ich habe das gesehen, das ist wirklich sehr, sehr professionell aufgezogen. Wir wollen euch das Interieur zeigen, mal die Küche zeigen, die Posten zeigen. Champions League Niveau, das sage ich nicht so oft. Und in der Größenordnung, das so zu managen. Ich habe deinen Ophel kennengelernt, deine Frau ist hier. Ja, das ist auch mein Nachteilfolger. Hoffentlich. Der Arme. Nein. Es ist wirklich richtig gut. Ihr habt auch extra, weil ihr immer halt alle 5, 6 Jahre baut. Hast du mir gesagt, was ich richtig finde? Wenn du ganz teuer baust, dann denkst du dir, 10 Jahre muss es halten. Ja. Lieber günstiger bauen und alle 5, 6 Jahre nochmal rausreißen, wieder neu machen. Oder ist das die bessere Strategie? Also günstig klingt natürlich komisch. Ich würde sagen, preisneutraler. Was habt ihr hier investiert in den Laden? Oh, eine sehr gute Frage. Das weiß ich gerade nicht. Ich sage es mal so, doch eine halbe Million. Ungefähr. Ja. Ist aber günstig gebraucht, für die Größe. Auf jeden Fall wieder größer, aber so viele Setzplätze. Da andere investieren eine Million in einen kleineren Laden, habe ich gehört. Klammerz. Wir haben das Konzept, dass wir nach 5, 6 Jahren unseren Gästen was Neues bieten möchten. Wir planen jetzt hier wieder eine komplette Neumöblierung und ein neues Konzept sozusagen für die Beleuchtung. Wirklich hochwertig gebaut und essen Griechen, aber es ist kein Griechen-Stressort. Du bittst hier auch Pizza und alles. Da kommen wir gleich zu, warum das so ist, warum ihr euch von eurer Kultur und deiner tollen Speisen von der griechischen Gastronomie in Deutschland. Ja, genau. Vielleicht ist die Zielgruppe hier anders, kann auch sein. Aber ihr habt extra einen Online-Handel auch aufgemacht, wo ich mir als Gastronomie auch was bestellen kann. Das würde ich jetzt hier nicht verlinken, weil jetzt kommt auch bald. Ihr kauft die Sachen bei euch, weil ihr gemerkt habt, ich will immer wieder bauen, ich will günstig bauen. Also mache ich einen Online-Handel, können auch andere bestellen. Es hat sich einfach daraus ergeben, dass dann jemand aus unserer Familie gesagt hat, ich bin affin in der Sache Möbel, in der Sache Gastronomie-Zubehör. Naja und so kam das, haben wir gesagt, okay, dann machen wir mit euch vielleicht eine Art Zusammenarbeit und wir kaufen nur für euch alles, was wir brauchen für ein Restaurant. Und so verdient jemand aus der Familie mit uns Geld. Und wir sparen natürlich auch, weil er die Preise bekommt, die wir woanders nicht bekommen würden. Arbeitest du auch in der Immobilienbranche so nach dem Motto? Auf jeden Fall. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, Immobilien ist A und O ist Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk. Also das ist wirklich so. Ich glaube, das hast du auch jetzt viele, viele Jahre lang erleben dürfen. Es ist ganz, ganz toll. Es entstehen so viele Synergien, das kann man sich gar nicht ausmachen. Es sind so viele Sachen, die passieren werden. Wir wissen gar nicht, was passiert. Aber wir wissen, es wird gut. Ich glaube, das ist so ein Motto auch für mich. Ich habe dich ja kennengelernt, ich habe gesagt, was für ein aufgeschlossener, toller Mensch. Da hast du aber viel auch vom Kellner mitgenommen, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das Ding ist, am Anfang war mir das gar nicht so bewusst. Aber es kam dann nach und nach, nach und nach, wenn man so Deals abgeschlossen hat, man hat dann Erfolge gefeiert, man hat Sachen erfolgreich verkauft, die Projekte. Und das waren meistens immer ältere Geschäftspartner, ältere Endanleger, ältere Kunden, die sozusagen dann bei uns die Mobilen erworben haben, habe ich immer gefragt, reflektiert, wie ich sozusagen auf die gewirkt habe. Und es war immer sehr offen, sehr freundlich. Und ich habe immer das Thema Gastfreundschaft erwähnt. Und ich habe eine, eine coole Geschichte, ich saß beim Notar im Verkauf, und so wie das bei uns ist, ich habe zum Notar, habe ich Kuchen mitgebracht, habe so, meine Oma hatte, Giros? Nein, meine Oma hatte so einen griechischen Peter, und ich habe das mitgenommen zum Notar, und das haben die noch nie in ihrem Leben gesehen. Der arme Deutsche, mit Tzatziki und allem. Und die haben, nein, das war kein Tzatziki, es war schon natürlich, nur dass man damit umgehen kann, bei Notar. Und ja, das war so ein Erfolgsernehmens, seitdem mache ich das immer wieder, wenn ich an jemanden was verkaufe, oder jemand kauft was von mir, dann gibt es immer beim Notar von mir irgendwelche Süßigkeiten. Kleine Wertschätzung. Auf jeden Fall, das ist sehr wichtig. Deine erste Immobilie, als es so richtig mal so losging, wurde gesagt worden. Was war das für eine Immobilie? Es war, ich sage dazu, heute sozusagen gerne Brot- und Butter-Immobilie. Es sind ganz, ganz einfache Wohnungen gewesen, aber in einer guten Lage. Wir merken immer, Lage, 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 finde ich im Investment sehr wichtig. Ich habe sozusagen das Objekt erworben, im Bestand behalten, habe ein paar Schönheitsreparaturen gemacht. Wie lange behalten? Ich würde sagen, zwischen acht und zwölf Monaten, ich weiß nicht mehr ganz genau. Es war unter einem Jahr, und habe natürlich dann davon profitiert, dass ich einen Mehrwert gegeben habe, durch kleine Arbeiten, aber die nicht viel Geld gekostet haben. Aber für den Käufer von mir waren es Aufgaben, die natürlich gut aussahen. Dementsprechend habe ich dann eine tolle Marge an der ersten Immobilie verdient. Wie viel war das die erste? In der Erspannung 35 Prozent von meinem ursprünglichen Kaufpreis. Ursprünglicher Kaufpreis waren 1,4 Millionen und 1,5 Millionen. Also über 400.000. Kann ich in zwei Uhr so haben? Wie lange war es, Kamal? Was war vor fünf Jahren? Alter, mit 23. 23, 24, ich weiß es nicht mehr genug. Und heute über 300. Mit meinem Geschäftspartner. Was hier mit 28, hast du viel zu erzählen, mein Freund. Ich bin echt überrascht. Aber wie verarbeitet man das? Ich meine, das ist ja 300 Einheiten. Das ist ja richtig, auch ein Volumen. Man ist so jung noch. Kriegst du das überhaupt so mit? Oder bist du in dem Game und willst einfach mehr und mehr? Nein, nein. Ich finde, das muss auch nachhaltig sein. Das ist ganz wichtig. Ich würde sagen, dass das das Geheimnis ist. Tolle, tolle Mitarbeiter, tolle Führungskräfte. Ich mache auch ganz viel mit Geschäftspartnern. Also es ist nicht immer so, dass ich alles alleine mache. Also Familie oder? Familie, aber auch natürlich andere Geschäftspartner. Mit denen du die Immobilien zusammen machst. Genau, auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Und wenn du mit dem Wheeling-Game bist, dann brauchst du auf jeden Fall einen ganz, ganz tollen Ingenieur. Du brauchst einen tollen Steuerberater, einen tollen Anwalt. Und da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Auch das Netzwerk. Ich habe im Endeffekt da jemanden kennengelernt oder mehrere Leute kennengelernt. Und so pusht man sich. Der eine pusht den einen nach oben. Und es gibt nichts Schöneres. Ist es auch so, dass du dann sagst, guck mal, hier ist eine Immobilie. Wir brauchen Eigenkapital. So und so. Mal haben wir Helft, Helft und kaufen was zusammen. So sieht es aus. So sieht es aus. Also je nachdem. Mal bringt uns was, mal bringt ein anderer Partner was. Und dann darf man auch loyal zueinander sein. Das Thema Immobilie ist so groß. Du kannst ja, du kannst eine Immobilie kaufen, die eine Ruine ist. Und dann komplett neu sein. Das ist im Endeffekt dann, ich würde sagen, nicht von Anfang, also ich würde es dir nicht gleich am Anfang empfehlen, das zu machen oder euch nicht am Anfang empfehlen, sondern erst mal mit der Bestandsimmobilie anzufangen. und dann Schritt für Schritt, Schritt für Schritt zu schauen, euch ranzutasten. Was hast du so für Ziele? Also ich meine, willst du 600, willst du 1000, willst du in der Gastronomie groß werden? Was hat man denn mit 28? Ist es nicht so, dass du irgendwie denkst, ist es langweilig, was werden wir jetzt machen? Also früher war mir die Anzahl der Einheiten sehr wichtig. Ich hatte ein Ziel, das wollte ich schaffen. Mittlerweile ist mir... Erst 100, dann 200. Genau. Mittlerweile sind mir so eine Reine Einheiten, und sagen gar nichts mehr ausfindig. Es geht wirklich immer darum, liquide zu sein. Ich denke weiterhin, Netzwerk und weiterhin Kontakte zu knüpfen, um im Endeffekt für sich selbst etwas zu erschaffen. Ich meine, ich bin ein Familienunternehmen, ich komme aus einem Familienunternehmen, ich kenne es gar nicht anders. Und es ist ganz, ganz, ganz wichtig, ich möchte etwas aufbauen, wo die Freunde von mir, wo die Familie meiner Freunde, wo die mit uns Geschäfte machen können, wo Leute aus der Familie immer aufgefangen werden können, wo wir ein großes Konstrukt aufbauen, was nachhaltig ist. Also sagen, auch meine Kinder was davon haben, und die Kinder meiner Kinder. Und ich finde, da gibt es nichts Besseres als Immobilien. Das ist vielleicht ein konservativer Ansatz, aber ich glaube da sehr daran. Ich kann nur das, und was ich kann, mache ich. Du hast es auch gelernt, oder? Ich habe es auch gelernt, genau. Ich habe erst BWL studiert, mit einer Spezialisierung auf Gastro-Management, und dann habe ich noch ein Jahr im Coaching in der Immobilienwirtschaft. Und das hat mir sehr, sehr viel beigetragen. Mit deinem Onkel? Mit meinem Onkel. Und schon immer in der Familie mit drin in den Läden? Schon immer. Also mein Anderen ist gerade nicht da, die machen das zusammen hier und sind ein ganz, ganz, ganz tolles Team. Ja, ist ein großer Laden, und braucht zwei Leute. Ja, mindestens. Definitiv. Es müssen zwei Leute hier sein. Einen guten Tag, wie viele Gäste habt ihr hier? 300, 400 Leute. Das ist ein griechisches Restaurant, Leute. Guckt euch diese Küche an. Die ist top. Jeder hat seinen Pfosten. Klar aufgestellt, mit so einer Insel. Aber ich sehe hier keinen Juro-Spieß. Ich sehe hier Pasta und Pizza auch. Wie kamen Sie das? Ich wollte etwas Neues ausprobieren. Und so ist diese Idee mit Vasil zustande gekommen. Dass ihr gesagt habt, wir machen Pasta. Wir machen ein bisschen Pasta. Pizza. Fleisch und Fisch. Nicht viel, dass wir immer frische Produkte verkaufen können. Und dass wir alles unter Kontrolle haben. Aber warum wolltet ihr kein Griechisches essen? Ganz, ganz einfach. Wir haben das Problem, ich würde sagen, im Osten finde ich, dass die griechische Gastronomie einfach nicht authentisch ist. In der griechischen Gastronomie möchten die Leute immer viel haben, wenig bezahlen. Es muss immer viel Uso geben. Und da hatten wir einfach keine Lust mehr drauf. Und ich finde, es ist auch so ein rounder Konzept hier. Wir haben den ganzen Tag offen. Wir haben eine offene Küche. Es ist Front-Cooking. Im Prinzip ist alles transparent. Die Menschen können reinschauen. Und wir kombinieren im Endeffekt einmal das Veteranen essen. Haben aber ganz, ganz, ganz tollen Kuchen hier von einem lokalen Konditor. Wir haben tolle Kaffeeprodukte. Wir haben handgemachtes Eis. Und ich finde, da passt einfach kein Giroz. Da passen keine Hähnchenspieße. Vor allem in so einer zentralen Lage. Und das war uns wichtig. Und das war für uns ein großes Learning am Anfang. Also wie viele Jahre habt ihr Griechisch gemacht? Über 20 Jahre. Und dann haben wir irgendwann gesagt, jetzt ist Schluss und alle sieben umgestellt. Nein, nein, nein. Also wir haben jetzt hier im Endeffekt in diesem System noch drei weitere. Und die anderen sind so geblieben. Jedes Konzept ist nur so stark, wie stark auch der Küchenchef ist. Also wenn der Küchenchef ein reiner Griech hat nie in seinem Leben irgendwie was mit einer guten Pasta zu tun gehabt, dann ist es schwierig. Dann machst du eigentlich dann schade, so die sind wir selbst. Deswegen, man muss noch ein bisschen schauen, was die Leute vor Ort auch können. Und das System im Endeffekt dann... Und wo bekommt ihr eure Leute her? Ihr habt ja gestern gesehen, eine tolle Mannschaft. Vielen Dank. Alle sehr freundlich. Nur durch Empfehlungen. Wir haben alle schon versucht, das beste Empfehlungen. Der eine kommt zu uns, arbeitet bei uns, ist zufrieden und bringt seine Schwester oder bringt die Freundin von der Freundin oder den Bruder vom Cousin. Und ich finde... Aber alle hier aus dem Raum oder kommen wir auch aus dem Ausland? Meistens aus dem Ausland. Da habe ich jetzt hier sozusagen selbst ausländische Wurzeln haben. Aber wir holen ihre Verwandten aus dem Ausland her. Vollkommen richtig, genau. Oder sie sind schon hier und arbeiten gerade in einem anderen Restaurant, aber da sind sie nicht so zufrieden und dann kommen sie zu uns. Dann werden sie abgeworben. Klar, nicht von euch, sondern von den eigenen Leuten. Das heißt, es ist schon wichtig, ein guter Arbeitgeber zu sein, wenn man das so hat. Sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Haben wir gute Sachen. Vor allem, wenn man nachhaltig sein muss. Man muss auch gut bezahlen. Das finde ich, machen ganz viele Gastronomen auch falsch. Lass es doch mal so eine Immobilie von dir angucken. Ein bisschen und schauen wir mal, was man da investieren muss. Dann wieder zum Renovieren oder zum Instandsetzen, was man da, ob man das dann verkaufen möchte. Auf jeden Fall. Ich habe ein ganz, ganz tolles Objekt in der Bestlage von Dessau und ich würde mich sehr freuen, mit dir das mal zeigen. Wäre eine Ehre. Aber ganz kurz bitte, können wir einmal die Terrasse wie viel? 540? 400 plus. Das reicht sogar manchmal. Unglaublich. Und wie viele Kellner sind dann hier, 50? 10? Äh, wie viele Kellner? 4. 4 Hauptkellner. Riechische Bauer, Alter. 4 Hauptkellner. Rennen für 8, ne? Wie viele Runner haben wir? 3. 3 Runner, 4 Peste. Genau. Plus natürlich noch meine beiden Onkels. Also habe ich schon, mit 10 habe ich schon nicht, also 10 passt. Okay, brauchst du. Hammer, unglaublich. Alles sauber. Leute, guck mal, ganz wichtig. Ich bin gestern hierher gekommen und ich merke ganz oft und da muss ich dir zustimmen, dass wenn die Familie irgendwo immer mit drin ist, alles noch perfekter ist. Nichts gegen Manager, aber du kannst hier vom Boden essen. Ich bin hier rein mit meinem Team gestern und ich habe gesagt, Alter, was ist hier los? Guck dir das mal an, das ist krass. Alles hat seine Ebene, Holz ist gepflegt, jeder Tisch, die Stühle, alles ordentlich. Das ist nicht nur, weil ich da bin, ne? Vielen, vielen Dank. Nein, nein, das ist immer so. Also eigentlich jetzt sieht es so noch ungepflegt aus, weil der Sommer kommt ja erst. Wir haben ja auch Glück, also hier hilft ja auch jeder, also die Stadt macht auch ganz, ganz viel, das Beet wird immer gepflegt, also es ist irgendwie auch so ein Geben und Nehmen, das darf man auch nicht vergessen. Wo kommen die Möbel her? Aus der Familie. Aus der Familie. Diese Immobilie gleich gekauft, Alter, besser geht nicht. Zahlt seine eigene Immobilie an, Stadtplan. So sieht es aus. Aber das ist euer Business, ne? Ja, das ist so ein Spiel, was man sozusagen, eins geht ins andere hinein. Volle Wertschöpfungskette. Volle Wertschöpfungskette, genau. Aber ich glaube heutzutage wird es auch gar nicht mehr gehen, weil wir müssen ehrlich unter uns sein, die Kosten sind so, so gestiegen in der Gastronomie. Also ich kenne sehr viele Gastropollegen, die wirklich nicht mehr viel Geld verdienen, können in der Gastronomie, also jetzt schon alleine 12 Prozent. Also wir merken, dass es auch, also mehr Steuern. Wenn wir 10 Prozent Gewinn haben auf dem Umsatz, sind wir glücklich und sind dankbar bei den ganzen Kosten. Olivenöl heute, hast du mir gesagt, was kostet das, ein Liter Olivenöl? 5 Liter von 50 Euro. Unglaublich. Plus Märchensteuer. Bis 32. Wann früher? Vor 3, 4 Jahren? Nein, 2, 3 Jahre. Verdoppelt. Verdoppelt. Malaga. Das ist ein Freund. Durch Freunde ist es kein Problem. Aber auch, wie man das betont, auch zu jemandem. Auch bei einem Freund. Ein Freund kann beleidigt werden, wenn man das sagt. Aber wenn ich jetzt hierher komme, du bist der Gastgeber und ich weiß, kriege ich das Restaurant, sage ich, Ela, Malaga, so ist alles gut. Tikanes. Ist gut, ne? Ja. Okay, aber wenn ich dich nicht kenne auf der Straße sehe und sage, hey, Malaga. Ist nicht gut. Nein, nein. Also so, hey, Malaga geht nicht. Nein. Aber hey, Malaga so? Ja, sehr gut. Dankeschön, Malaga. Jetzt gehen wir, hast du ein schönes Auto? Hast du ein schönes Auto? Ich weiß nicht, ich muss mal gucken, wenn ich es reise. Was für ein Auto? Und dann auf die Baustelle. Oh, Immobilieninvestor. Guck dir mal diesen Bau an, ne? Hier. Warte mal, ich will mal checken, ob er wirklich die Ahnung hat. Was meinst du, was kostet das Ding? Ich kann es dir ganz genau sagen, weil der Eigentümer ist ein Freund von mir. Nein. Ja. Von diesem ganzen Ding? Ja. Wie viele Leute wohnen da? Ungefähr, es sind 100 Parteien, 100 Einheiten sind das. 100 mal, 500, 600 Euro im Stadt? Ein bisschen mehr, würde ich sagen. Je nachdem. Das heißt? Vielleicht sogar ein bisschen weniger, wenn die Wohnungen kleiner sind. Hast du auch so was, aber in der Größenordnung? Ja, aber lieber, es steht aber so, nicht nach oben. Ist das besser in die Breite? Je nachdem, das kann ich gleich mal zeigen. Aber die Breite ist besser, hast du mehr Grundstück. Ungefähr. Was ist das beste Leben? Viel Stress, würde ich auch sagen. Hast du viel Stress? Wie sieht dein Alltag so aus? Gehst du in die Restaurants, checkst du die Wohnungen? Was macht so ein Vasili den ganzen Tag? Ich bin, ich würde sagen, viel am Telefonieren, hin und her fahren. Ich bin eigentlich fast nur im Auto. Telefoniere, ich bin Problemlöser, würde ich sagen. Aber wenn Leute Probleme haben, bin ich da und ansonsten kümmere mich mehr um das Strategische. Wie viel von deiner Zeit ist Immobilien, wie viel Gastro? Ich würde sagen, eine gute Frage. Es war früher viel mehr Gastro und weniger Immobilien. Jetzt hat sich das alles gewandelt. Ich würde sagen, 80 Immobilien, 20 Gastronomie. Krass. Und genau, weil ich ja mittlerweile versucht habe, da mehr den Investoren Ansatz in der Gastronomie zu sehen, weil natürlich die Läden von mir durch die Familie sozusagen betrieben werden. Und ansonsten versuche ich mich auf den Vermögensaufbau zu konzentrieren. Das fände ich ja geil. Leute, die bauen gerade auf Mykonos brutale Willen. Brutale Willen. Ist das für euch ein Zukunftsmarkt? Mykonos, Griechenland, die Heimat? Ja, es ist, würde ich sagen, auch ein Herzensprojekt. Und wir versuchen ja auch nach und nach irgendwie das Portfolio so ein bisschen auszuweiten und versuchen irgendwie dann verschiedene, wie soll ich sagen, also man kann nicht nur in einem Markt investieren. Man versucht im Endeffekt auch ein bisschen die Sachen aufzuteilen. Und deswegen haben wir uns irgendwann dafür entschieden, in Griechenland ein Projekt zu machen mit ganz, ganz tollen Geschäftspartnern und auch mit vielen Beteiligungen innerhalb der Familie. Genau. Da, wo wir jetzt hinfahren, ist das, wie viele Einheiten sind das? Mehrfamilienhaus, aktuell im Bestand, alles leerstehende Einheiten. Haben wir vier große Wohnungen, das war die Felge. Haben wir vier große Wohnungen. Mach euch! Das war die Felge. Haben wir vier große Wohnungen, hat 220 Quadratmeter. Aber das ist ja auch so. Aktuell wirst du sehen, das ist ein, ja, ein Haus, das ist jetzt seit 20 Jahren steht, das ist jetzt leer. Aber die Lage ist wunderschön. Und du hast sie gekauft, hast gesagt, ich sanier das jetzt und vermiete das dann. Genau, genau, genau. Du wirst jetzt, wir sehen uns gleich da, die Sicht ist nicht mehr zu verbauen. Also das ist die letzte Reihe vor dem Park. Dahin sind schon die Enten, du hast einen Teich, du hast einen wunderschönen Platz, Park. Und das Haus ist gleich hier rechts nebenan. Und das hast du gekauft Off-Market? Hab ich gekauft, Off-Market, von, das ist das Haus im Endeffekt hier rechts. Wie viel willst du da noch reinstecken? Ich denke um die 400.000 Euro. Noch reinstecken, zum Schönen machen? Genau. Und dann vermieten oder verkaufen wieder? Ich vermiete das erstmal und dann schraue ich mal, weil die Lage ist wirklich ganz toll. Das kriegt man nicht allzu oft und ich würde da gerne vielleicht aus meinem Bestand lassen. Was hast du für die Bezahlter wie Frank? Natürlich um die 320.000, 330.000 Euro. Für das ganze Haus? Für das ganze Haus. Oh mama mia Malaga, ich muss dich schon wieder sagen. Malaga ist nix. In Hamburg zahlst du das zehnfache wahrscheinlich. Vollkommen richtig, das ist natürlich hier ein anderer Markt. Also Osten kann man schon noch Immobilien machen? Auf jeden Fall. Man muss trotzdem wissen wie und man muss wissen auch natürlich es gibt gewisse gewisse Parameter die einfach in jedem Markt wichtig sind. Das muss ich einfach tragen. Und wir haben ja auch andere Mieten als ihr das in Hamburg habt. Ihr habt vielleicht in Hamburg Mieten von 20 Euro den Quadratmeter. Und was zahlst du hier auf den Quadratmeter? Meinst du Kaufpreis oder wenn ich vermiete, was die andere? Ich habe jetzt eine Kalkulation mit meiner Hausbank von neun Euro. Ich denke, das ist im oberen Segment, aber die Lage ist natürlich ganz, ganz toll. Man könnte wahrscheinlich auch mehr nehmen. Die Nachbarn nehmen glaube ich elf Euro mit einem tollen Neubau. Aber ich finde, man muss auch nachhaltige Mieten ansetzen. Und wenn man mehr bekommt zum Schluss ist es cool. Aber ich denke, Aber die Wirtschaftlichkeit ist schon mit neun Euro gegeben. Auf jeden Fall. Sogar schon mit weniger als neun Euro. Aber der Beleihungswert wird natürlich dadurch ermittelt. Je nachdem wie hoch die Miete ist durch den Ertragswert. Deswegen schauen wir mal, was passiert. Aber ich rechne mal kurz 450 renovieren, 330 gekauft. Sind 780 und ich glaube, wenn das fertig ist, ist es schon ein Wert von über eine Million. Wenn es fertig ist, ist mein Ziel 1,8 Millionen ungefähr. Also es ist ein Faktor von 18 oder so später. Genau. Wir haben hier auch eine große Wohnfläche. Da sind ja ungefähr 900 Quadratmeter Wohnfläche. Das ist mal eine Verdoppelung. Genau. Also aufgeteilt natürlich in einzelne Eigentumswohnungen. Das ist ein tolles Stück. Ein tolles Stück. Das ist das Jubilien. Da kann man sehr viel draus machen. Ich hoffe, du siehst es auch. Also ja, was hast du gesagt? Rendite 12, 13 Prozent. Ungefähr. Also zwischen, ja, ich habe jetzt gerade mit 7,5 Jahren ist das Geld zurück. Also dementsprechend wäre das umgerechnet 13 Prozent Rendite. Aber es gibt immer versteckte Kosten. Deswegen machen wir mal konservativ 10 Prozent Rendite im Bestand. Du kannst locker deine 4 Prozent Zinsen zahlen. Ich habe sogar ein bisschen weniger hier. Ich habe 3,8 Prozent, glaube ich. Mit einer ganz, ganz tollen Bank, der Sparkasse Leipzig. Und die, also muss man wirklich sagen, ganz, ganz tolle... 28 Jahre, ja. 28, ja. Respekt. Danke, danke. Ich möchte immer sagen. Und das alles anstanden über die Gastronomie. Über die Gastronomie. Ich glaube, ohne gestern wäre es gar nicht möglich gewesen. Weil die Gastronomie kommen ja zu uns essen und die haben wir kennengelernt. Natürlich seht ihr gerade eine Fassade, wo noch was dann gemacht werden muss. Das wird auf jeden Fall natürlich gemacht. Mit ganz ganz tollen Auflagen, die man auch gerne umsetzt. Hat auch steuerliche Gründe. Auch nicht vergessen, ist das schön an Immobilien. Wir fangen ganz mal an. Also hier vorne sind eine Art englischer Garten. Hier kommt ein toller Zaun. Was ist das für ein Gefühl? Du kaufst so eine Immobilie, dann riechst du den Schlüssel und dann ist das deins. Ja, ein wahnsinniges Gefühl. Das schönste Gefühl ist, wenn die erste Mieten kommt. Wenn Miete auf dein Konto kommt und du hast dafür nicht viel getan. Das ist sehr, sehr schön. Wow. Wann geht die Bauarbeiten los? Wir sind gerade in Planung-Phasen und wir haben jetzt den Bauantrag eingereicht. Das dauert noch ein bisschen, ne? Das dauert ein paar Monate. Vielleicht sechs Monate. Und wie lange stand das leer? Vier Jahre. Warum hat das keiner gekauft? Weil, ja, weiß ich nicht mehr. Gut für mich, ne? Also überall ist Geld auf der Straße. Überall ist Geld auf der Straße. Du musst nur wissen, wie du dich hinbückst und aufhebst. Das zeigt mir dieses Bild hier. So eine Lage. Jahrelang steht das Ding leer. Aber ich möchte bitte, dass ihr einmal jetzt das Produkt euch anschaut und schon wisst, wie das fertig aussieht. Das ist ganz, ganz, ganz... Hast du Bilder? Kommt gerne mal rein. Schaut mal unten, was für ein tolles, tolles, tolles Treppenhaus wir haben. Boah, hat aber schon ein bisschen innen drin bis das angefangen. Ja, die wurden ganz oft eingebauten. Die wurden ganz, ganz oft eingebauten. Und es wurden Leitungen geklaut. Wegen Kupfer. Ja, deswegen. Ich muss es erst mal sichern. Also, das sind immer so Sachen, die machen nämlich Spaß, aber das ist so. Aber schau mal jetzt hier unten, das macht richtig, richtig Eindruck. Und wir haben so ein massives Treppenhaus, das ist selten in so einem Altbau zu sehen, finde ich, in dem Zustand. Wir gehen mal weiter. Also, ich meine, jetzt ist die Frage, du musst ja schauen, du musst wissen, was steckst du rein. Aber was machst du? Du machst es sauber, du streichst, du schleifst einmal, dann ist es wie neu. Deswegen liebe ich Altbau. Also, du musst gar nicht, ja, mich wundert das auch, das ist viel Quadratmeter für 400.000 renovieren. Das ist okay. Super, super. Vier große Wohnungen, 200 Quadratmeter, 400.000. Aber die halbieren wir machen natürlich dann, wir haben acht draus. Die halbiert jetzt mal acht. Genau, deswegen brauchen wir auch ein Mard. Wir liegen jetzt mal in eine Wohnung rein, ihr werdet erschlagen von der Größe der Wohnung. Echt? Ja. Wir haben hier ein Braulag von 1905, circa. Also, zweites Obergeschoss. Hier ist im Endeffekt der Rohbauzustand. Hier wurde einmal alles entkernt, alles aufgeräumt und dann kam im Endeffekt es sich viel, viel besser die neue Grundrissgestaltung. Sag mal, eine Riesenwohnung. Ja, es geht noch weiter. Und hier stehen sozusagen die zwei Wohnungen. Okay. Das Allerschönste ist im Endeffekt bei dieser Immobilie, die Wohnung, die jetzt auf der Seite sein wird, hat natürlich dann hier das Schlafzimmer. Und das ist natürlich ruhig, ruhig, still. Das Coole, jede Wohnung hat zwei Balkone. Also einmal vorne raus, einmal hinten raus. Das ist auch ganz, ganz cool. Ich denke, das Besondere wird hier auch sein, wir haben einen ganz, ganz tollen Altbau, aber der Standard der Wohnung wird sein, den Neubau. Also wir haben natürlich dann gewisse Richtlinien, die wir einhalten wollen. Wir haben dann mit KfW, die ich hier mit reinspielt, vielleicht habt ihr schon mal gehört, das ist vielleicht mit Zeit für was anderes. Nee. Genau. Und das Thema, wir haben dann Fußbodenhaltung hier. Wir haben eine ganz, ganz tolle Dämmung, die im Endeffekt von hinten verbaut wird. Also neue Fenster, Treffer verglast. Also du hast so einen hohen Standard hier in dem Altbau und ich finde, das ist unbezahlbar. Also ich liebe Altbau und lebe selbst auch im Altbau. Und man kann es sogar günstiger renovieren, als wenn du jetzt, ja, auf jeden Fall, weil ich, genau, in der Substanz steht ja schon. Die ist gut auch. Genau, eine ganz tolle Substanz. Ganz tolle Substanz. Hast du das checken lassen? Habe ich checken lassen, na klar. Aber was ich mir nicht vorstellen kann, 400.000 für das Ganze zum Reventieren, das ist ja. 400, 450 Minuten. Das geht. Das geht auf jeden Fall. Ich meine, es ist nicht wenig Geld. Es gibt natürlich schon gewisse, gewisse Sachen, die man als Immobilieninvestor einfach nach einer Zeit irgendwie auch gelernt hat, wo gibt man mehr aus, wo gibt man weniger aus. Und wir sparen uns hier natürlich ganz, ganz, ganz viel, weil wir schon einen Fernwerber am Schluss haben. Wir arbeiten in der Stadtwerke vor Ort zusammen. Da gibt es eine Anlage, die noch Contracting läuft. Heißt, da spart man schon mal ganz, ganz viel Geld für die Heizungsanlage. Das sind so gewisse Sachen, das kommt halt nach und nach. Krass. Unglaublich. Ein ganz anderes Business, ne? Ganz anderes Business, aber es ist ein deutliches Business. Anders als die Gastronomie. Man sagt ja, von 10 Millionären sind 6 durch Immobilien zu dem Wurschein gekommen. Das stimmt. Hier im Osten ist natürlich der Hebel noch mal ein anderer. Ja, ich meine, man kann in jeder Stadt erfolgreich sein mit Immobilien. Da sind einfach die Kaufpreise anders. Ich muss auch gestehen, ich würde mir niemals erlauben, ein Urteil zu fällen über andere Städte, weil ich kenne den Markt gar nicht. Also ich bin in meinem Markt erfolgreich. Ich kenne unsere Kontakte hier, unsere Geschäftspartner oder meine Geschäftspartner. Wir sprechen immer hier über den lokalen Markt, den regionalen Markt. Also wir brauchen zwei Stunden Fahnsinn, in Berlin kenne ich gar nicht aus. Also die geplanten Mieteinnahmen werden hier ungefähr bei 9.000 Euro im Monat liegen. Wir haben eine Kreditbelastung von 3.500 Euro. Und das Spannende hier ist, dass du... Was heißt das Cashflow-Überschuss? Genau so sitzt er aus. Und das ist im Endeffekt auch der Tipp für jeden, kauft Immobilien, wo Überschuss bleibt. Also wo Cashflow da ist, damit er sozusagen dann finanzierbar bleibt auch für andere Objekte. Und so kauft ihr durch ein Haus das nächste oder durch eine Wohnung die nächste Wohnung. Und was hast du Eigenkapital eingesetzt hier? Ich muss gestehen, fast gar nichts. Ich habe einen Deal gehabt mit der Verkäuferin. Wir haben die Kaufnebenkosten auf den Kaufpreis sozusagen addiert und dementsprechend hat die Bank mir den kompletten Kaufpreis finanziert plus Sanierungskosten. Und so habe ich das Haus eigentlich glaube ich sogar komplett ohne Eigenkapital erhoben. Und vielleicht ein paar Gebühren für das Grundbuchamt. Jetzt weiß ich nicht, warum er nicht in der Gast so ist. Das ist echt spannend. Also ich könnte auch den ganzen Tag mit dir so rumfahren und dir noch mehr Fragen stellen und am Ende Immobilien-Experte werden. Das wirst du noch. Das dauert wie lange, um sich da richtig so reinzukommen? Also ich würde nicht sagen, dass ich ein Experte bin, aber ich denke, es ist einfach eine pure Erfahrung. Und man muss ganz, 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 ganz viel ganz, ganz viele Fragen stellen. Man muss Menschen, die schon da sind, wo man selbst hingehen möchte oder wo man selbst sein möchte, einfach fragen, fragen, fragen. Und das Coole ist einfach im Immobilien-Game ist es auch so, erfahrene Investoren freuen sich auch. Also für mich, also umso erfolgreicher man wird, umso mehr möchte man auch anderen Menschen helfen. Also ich freue mich sehr, wenn junge Leute kommen und dadurch entstehen ja auch Coo-Investments. Vielleicht hat jetzt ein junger Gastronomie-Besitzer irgendwie in seiner Umgebung eine coole Immobilie, kann die aber selbst nicht finanzieren. Dann gibt es ja im Endeffekt auch Unternehmer oder Immobilien-Investoren, die sagen, ja, wir machen das. So entsteht ein Coo-Investment. Kommt gerne auf mich zu. So kommen wir dann. Schau am Wando. Droppt gleich mal. Ja, aber Gastronomen sind ja auch viele erfolgreiche dabei, die Geld haben. Auf jeden Fall. Also du sagst ganz klar, für Gastronomen, die hart arbeiten, die sich was aufgebaut haben, sind Immobilien. Also auf jeden Fall an der Stelle vielleicht nochmal ein gutes Investor. Na klar. Und es ist ja heutzutage so, dass jedes Restaurant arbeitet ja mit einer Bank zusammen und die Hausbank kennt einen am besten. Wenn man ein erfolgreicher Gastronom ist, das war bei mir auch, glaube ich, nicht anders. Also ich bin mit jeder Bank, wenn ich zusammenarbeite, super, super dankbar, dass da so viel Vertrauen mir gegeben wird. Im Endeffekt ist das ganze Immobilien-Game ist natürlich bankenabhängig und man muss den Banken, die Banken muss nur einem vertrauen. Und das geht umso besser, wenn man tolle Zahlen hat, wenn man tolle Jahresabschüsse hat, wenn die Restaurants gut laufen, wenn man Gewinn auch vorweisen kann. Natürlich zahlt man Steuern, das tut weh, aber was soll man machen? Das ist das Game. Das ist das Game. Und was würdest du sagen, was ist Hertha, Gastro oder Immobilien? Ah, schwer zu beschreiben. Komm, hör auf. Ich denke, Gastronomie ist sehr untankbar, ein sehr untankbares Business. Wenn man sein System irgendwie hat, wenn man seine Mitarbeiter hat, man muss nicht mehr jeden Tag im Laden stehen, dann denke ich, kann Gastronomie Spaß machen. Aber für mich... Das ist ein gutes Sprungbrett. Guck mal, du kannst damit ja auch, wenn du Geld sparst und fleißig bist, kannst du auch investieren und dir was anderes aufbauen und das ist dann so ein Zeitbusiness aufbauen. Das Problem ist, Gastronomie kann man auch nur, einmal rechts bitte, das Problem ist, man kann Gastronomie ja auch nur für eine gewisse Anzahl von Jahren betreiben. Ich meine, es ist wirklich sehr stressig. Das darf man nicht vergessen und es gibt immer immer welche Probleme. Viele sagen immer, es ist perfekt, aber es ist trotzdem purer Stress und von heute auf morgen kann was passieren. Und das ist das Schöne an Immobilien. Morgen über Morgen gibt es vielleicht die Restaurants nicht mehr. Dann hat man auf jeden Fall ein Standbein sich aufgebaut. Überlegt ihr euch mal die Restaurants zu 7 zu verkaufen? Tja, das ist natürlich eine große Familienscheidung und da muss natürlich jeder Einzelne in der Familie ja auch da irgendwie zustimmen oder möchte dann sozusagen sein Restaurant verkaufen. Für meine Läden kann ich mir das schon irgendwann mal vorstellen, aber natürlich nur an Leute verkaufen, die da auch ein gewisses Know-how haben und wir haben ja auch so viele Stammgäste, so viele Mitarbeiter, die auch sehr herzlich sind und ich denke, mal schauen. Man weiß nicht, wie das dazu passiert. An der Stelle vielleicht an alle, die hier zugucken, lasst gerne ein Like da, kommentiert das Video, schreibt mal, ob du schon mal an Immobilien gedacht hast und ob du aus der Gastro kommst und vor allem, wir geben uns ganz viel Mühe, dass wir immer besseren Content, immer spannendere Menschen auch vor die Linse kriegen und verschiedene Konzepte. Lasst gerne ein Abo da, würden wir uns als Team sehr freuen. So, meine lieben Gäste, Kollegen, ich hoffe, ihr hattet so einen Einblick nochmal in eine Gastronomie in Dessau und einem jungen Unternehmer mit 28, was daraus entstehen kann, mit auch ein bisschen Glück, Fleiß, dranbleiben und an der Stelle sage ich nochmal, Dankeschön, dass ihr zugeguckt habt. Lasst ein bisschen Liebe da, gerne die Glocke anmachen, damit ihr kein Video von uns verpasst und gerne den Kanal abonnieren, wir geben uns ganz viel Mühe und wir werden noch ganz viele spannende Gastronomen besuchen und vielleicht auch ganz bald dich. Was ist das für ein Gefühl, du kaufst so eine Immobilie, dann kriegst du den Schlüssel und dann ist das deins. Ja, ein wahnsinniges Gefühl. Das schönste Gefühl ist, aber wenn die erste Mieten kommt, wenn Miete auf sein Konto kommt und du hast dafür nicht viel getan, das ist sehr, sehr schön.